Mit dem Ioniq 5 hat Hyundai vor wenigen Wochen ein neues, reines Elektroauto auf den Markt gebracht. Wie schlagen sich eigentlich Elektroautos auf der Rennstrecke und wie auf langen Urlaubsfahrten? Wenn euch unser Test gefällt, lasst uns gerne euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir treffen heute Gerold Auerbach. Gerold, was werden wir denn heute erleben? Wir werden uns zwei Themen anschauen, die ja zu eurer Zeit ganz gut passen. Einmal das Thema Langstreckentauglichkeit, also wie wäre es mit einem E-Auto auf längeren Urlaubsfahrten? Und mit dem Zusammenhängen das Thema generell, wie steht es da mit Vielfahren und Elektromobilität? Dafür leihen sich die beiden einen vollgeladenen Ioniq 5 bei Denzel in Salzburg aus und machen sich auf den Weg zum ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum in Saalfelden. Der Hyundai zeigt beim Start rund 430 Kilometer Reichweite an. Das will Gerry über die Tauern-Autobahn herausfordern. Gerry, interessante Frage. Jeder, der ein Elektroauto hat und also auch weitere Strecken zum Beispiel Urlaubsfahrt machen möchte, was kann man dem für einen praktischen Tipp mitgeben? Man sollte beim Fahrzeug auf mehrere Aspekte achten. Das ist natürlich einmal die Reichweite des Fahrzeugs eine ganz entscheidende Sache. Im Langstreckenbetrieb dann aber mindestens genauso entscheidend die Ladeperformance. Aus der Praxis heraus natürlich ganz wichtig, welche Assistenzsysteme hat das Fahrzeug verbaut, also vor allem was können die in Stausituationen. Und dann natürlich die Konnektivität der Fahrzeuge. Das heißt, kann das Fahrzeug auf Online-Verkehrsinformationen zurückgreifen? Werden die Ladestationen online angezeigt, ob sie belegt sind oder frei sind? Das sind so Dinge, die dann in der Realität eine sehr, sehr große Rolle spielen. Hast du selber schon jetzt einmal auf einer längeren Fahrt in Richtung Süden Erfahrungen sammeln können? Ja, ich war erst letzte Woche in Kroatien mit unserem Auto, also im Nord-Almatien auf der Insel Park, die ja momentan durch die Medien geht. Und die Erfahrung war so, dass die reine Fahrzeit durch den Ladevorgang, der notwendig war, um 15 Minuten verlängert worden ist. Also ich habe einmal laden müssen, am Schnelllader für 15 Minuten. Und das war es in Wirklichkeit. Und wie viele Kilometer waren das also? Es sind bis dorthin, also bis zur Fähre, wenn man das rechnet, genau 510 Kilometer von Salzburg aus. Und das heißt, man hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wenn man die Strecke nimmt. Einmal laden Eisendraten, relativ früh. Oder es gibt einen Schnelllader kurz vor der Gartischen Grenze, der perfekt positioniert ist für die Strecken. Und unten hat man ohnehin die Möglichkeit, an jeder Steckdose anzustecken. Also für dich war das überhaupt kein Problem? Überhaupt nicht. Das war keine Zeiteinschränkung, keine Komforteinschränkung. Ganz im Gegenteil, es ist einfach angenehmer zum Fahren, weil so ein E-Auto einfach sehr leise und damit sehr komfortabel unterwegs ist. Nach etwas mehr als 100 Kilometer kommen die beiden in Saalfelden beim ÖMTC-Fahrsicherheitszentrum am Brandlhof an. Dort wartet schon Fahrtechnik-Trainer Matthäus Radner auf die beiden. Hey, Gerold! Hallo, wo geht's? Hi, cool, dass du gekommen bist. Ja, danke. Grüß dich. Grüß dich. Der ÖMTC hat in Saalfelden vor einigen Monaten einen neuen Fahrbereich speziell für Elektroautos errichtet. Ja, das Layout von dieser Strecke ist sicher dementsprechend auch für so E-Autos ausgelegt, damit wir so eine Art Langstreckentest machen können. Wir haben auch Steigungen bergauf, es geht bergauf, wo wir ein bisschen auch rekuperieren können. Und das hat natürlich schon sehr viel Sinn, dass wir mit solchen E-Fahrzeugen dann auch die Reichweite dementsprechend ein bisschen austesten und simulieren können. Das will Harry jetzt selbst erleben. Er lässt sich von Matthäus einige Runden auf der Strecke kutschieren. Starten! Was hast du für einen ersten Eindruck nach den ersten zwei Runden? Also fahren tut es sich einmal sehr sportlich. Also schon alleine das Lenkverhalten, man lenkt ein und das Auto macht nicht einmal sehr viel Wankverhalten aufgrund des niedrigen Schwerpunkts, der Batterien, des Akkus, was da unten ist. Und vor allem auch der Zug, also da gibt es Gas und dann kommt der schon vor, jetzt... Kannst du mal ganz bewusst jetzt vom Gas runtergehen, was tut er? Jetzt rekuperiert er natürlich gleich meinen Storch, das heißt ich bremse ja nicht. Jetzt macht er das alles über den E-Motor, holt er dann runter, sprich du speicherst wieder Energie in die Batterie in dem Fall. Okay. Und da ist es dann auch so, dass man sagt, ich fahr jetzt in die Kurve rein, ich lenke rein, ich bin gar nicht auf der Bremse, ich tue gar nichts bremsen und gebe einfach dann wieder in der Kurve beim Rausbeschleinigen gleich Gas. Somit musst du mit einem E-Auto fast ein bisschen jetzt anders fahren, als wie mit einem normalen Verbrenner, weil der natürlich nicht so stark verzögert, wenn du nicht selber, sag ich jetzt einmal, oberschwänzt. Okay. Das heißt, man könnte so jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen vorausschauend fährt, braucht man die Bremsen gar nicht, oder? Genau, so wie jetzt, ich gehe nur vom Gas weg und somit ist das ganz andere Fahrweise jetzt im Gegensatz zu einem Verbrenner. Da muss man ein bisschen umdenken und so, wenn du sagst, man fährt ein bisschen vorausschauender, dass man sagt, okay, ich würde jetzt ein bisschen mehr kooperieren, so wie jetzt tue ich nur plus, jetzt rekuperiere ich stark, ich habe gar nichts bremst, jetzt tue ich wieder weniger rekuperieren und das Auto holt trotzdem sich langsam dahin. Und ich brauche in dem Moment keinen Strom, sprich, ich tue eigentlich nur Einspeisen wieder in die Batterie. Und auch da sieht man, wenn ich da jetzt nur Slalom fahre, weil das E-Auto da schön Spur halt und das Wankverhalten halt da wirklich sehr im Minimum. Und du sagst, das hat also mit dem Schwerpunkt, mit dem Tiefen zu tun? Ja, auf alle Fälle. Je tiefer der Schwerpunkt, desto schöner bleibt natürlich das Auto dann auf der Fahrbahn. Da heißt es wohl Elektroauto 1, Kamerahalterung 0. Aber Gott sei Dank ist dabei nicht allzu viel passiert. Matthäus, was sagst du jetzt? Ja, Harry, ohne Worte. Ohne Worte? Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Fahrzeug, wie das auf der Straße liegt, wie das Fahrt so richtig entspannend. Und ich kann nur eins sagen, das bestätigt uns als WMDC Fahrtechnik GmbH, dass wir genau diese Strecke auch im Hintergrund für dieses Thema E-Mobilität gebaut haben. Also das habe ich selbst jetzt wieder gemerkt, da sind wir genau auf dem richtigen Weg und auf das freuen wir uns, was dann alles kommen muss. Matthäus, in diesem Sinne, danke. Harry, ich komme gut nach Hause. Danke. Dankeschön. Damit geht es für Harry und Gary zurück nach Salzburg. Bevor sie den IONIQ 5 wieder zurückgeben müssen, wollen die beiden das E-Auto wieder aufladen. Dafür fahren sie zum neuesten Hypercharger der Stadt. Diesen hat das Greentech-Unternehmen Salzburg AG erst vor wenigen Tagen direkt neben dem Flughafentower installiert. Ja, Gary, wir sind also jetzt wieder zurück in Salzburg und haben also hier den neuen Hypercharger der Salzburg AG also getankt. Was ist also das Resümee dieses Tages? Naja, unser Motto war ja, wie ist so ein E-Auto jetzt im Langstreckenbetrieb und für Vielfahrer. Und da spielt natürlich Schnellladen eine ganz, ganz große Rolle. Wie wir zuerst gerade gesehen haben, lädt dieses Fahrzeug mit über 200 kW. Das ist ein Thema, das an einem technischen Feature dieses Fahrzeugs hängt, das sehr interessant ist. Der arbeitet intern nicht mit 400 Volt, sondern mit 800 Volt. Das heißt, man kann deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten erzielen. Und wie wir es da jetzt gesehen haben, wir haben also 100 Kilometer in knapp mehr als 5 Minuten getankt. Und damit ist das Schnellladen im Wesentlichen fast so schnell, wie wenn man der Zapfsäule mit einem klassischen Verbrenner werden. Und wenn man weiterfährt, dann plant man letztendlich also so, dass man sagt, angenommen 600 Kilometer, das Fahrzeug fährt 400 Kilometer. Ja, genau. Ein Ladestopp, 10 Minuten, 15 Minuten wahrscheinlich werden da ausreichen. Und damit sind diese Entfernungen überhaupt kein Problem. Wir haben in Europa mittlerweile ein flächendeckend sehr gut ausgebautes Netz mit Schnellladen, also gerade entlang der Hauptverkehrsrouten. Und so mit so einer Urlaubsfahrt, wie es jetzt werden, wenn ich zum Beispiel nach Kroatien fahren würde, 500, 600 Kilometer mit einmal laden, in überschaubaren Ladezeiten möglich. Und damit sind diese Autos sehr langstreckentauglich und auch für Vielfahrer sehr gut geeignet, weil man während des Tages irgendwann zwischendurch einmal so auf die Schnelle nachtanken kann. Okay. Und man braucht unwesentlich länger Zeit, oder? In Wirklichkeit, wenn man es anschaut, 5 Minuten für 100 Kilometer bei der Ladegeschwindigkeit, das ist jetzt unwesentlich mehr wie an der Zapfsäule. Und wenn man dann so einen Tankstopp in Summe mal durchrechnet, vom Abfahren bis zum Auffahren, dann ist das mit den Hypercharger im Wesentlichen mit einem geringen Mehraufwand möglich und kein Grund mehr, jetzt auf so ein Fahrzeug im Langstreckenbetrieb zu verzichten. Ein spannender Tag geht zu Ende. Wir haben viele neue Erkenntnisse gewonnen. Danke dafür. Das macht so richtig Spaß auf die nächste Ausgabe E-Mobilität am Punkt. Bis zum nächsten Mal.